Diese Nachricht ging uns nicht mehr aus dem Kopf. Eine Kundin hat uns geschrieben, dass ihre Tochter ihre Schmetterlingshaarklammer verloren hat und hat uns gefragt, ob wir noch eine in Reserve hätten. Denn ihre Tochter leidet an kreisrundem Haarausfall und unsere Schmetterlingsspange ist die einzige Klammer, mit der sie sich wohlfühlt und ihre sichtbaren Stellen kaschieren kann. Wir konnten sie auf keinen Fall hängen lassen und haben ihr nicht nur unseren letzten Schmetterling, sondern auch alle unsere zukünftigen Farben zugesendet.